Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Theresa, und ich freue mich, dass Gina heute bei unserem Sprachspiel wieder mitmachen kann. Heute machen wir etwas, wo man Wörter üben kann. Ich weiß, dass ihr schon ganz viele Wörter kennt. Zuerst hat man alle Wörter nur im Kopf und irgendwann lernt man sie auch auszusprechen. Und ich kenne schon ganz viele Wörter und ihr bestimmt auch. Wir überlegen heute, welche Wörter in unserem Kopf zusammenpassen. Das ist für mich vielleicht etwas ganz anderes als für Gina. Ich zeige euch das gleich mal. Aber wir probieren mal insgesamt zehn Wörter zu suchen. Liebe Gina, wenn du an Urlaub denkst, woran denkst du dann? Palmen. Urlaub, Palmen. Wenn ich an Palmen denke, dann denke ich an Grün. Wenn ich an Grün denke, dann denke ich an Gurkensalat. Wenn ich an Gurkensalat denke, dann denke ich an Fischstäbchen. Oh, lecker. Wenn ich an Fischstäbchen denke, dann denke ich auch an Kartoffelbrei. Wenn ich an Kartoffelbrei trinke, dann denke ich an so einen Stampfer. Wenn ich an so einen Stampfer denke, dann denke ich auch an eine Pfanne. Und wenn ich an so eine Pfanne denke, dann denke ich an Abwaschen. Wenn ich an Abwaschen denke, dann denke ich ans Faulsein. Boah, wir haben schon zehn. Das war ja total einfach. Sehr gut. Jetzt können wir gar nicht mehr lernen, woran du denkst, wenn du ans Faulsein denkst. Bin ich auch selten. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.